Auf geht's zu einer neuen Runde. So, wieder R drücken. Oh, ist ja gleich hier vorne. Ja, und es ist eine schöne Nacht heute wieder. Hier müsste es doch, ne? Da ist es. Ach, hast du? Ja, sehr gut. Ja. Wie nennt man die überhaupt, diese Rätsel? Ich weiß nicht. Das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, Lagerfeuer. Ja. Könnte auch ein Plumpsklo sein. Ja, oder einfach ein schwarzes Loch. Ja. Jetzt hört man die anderen ballern. Hm. Alter. Da habe ich mich aber richtig erschrocken. Ich dachte, du willst den Messern. Ja, äh, ich weiß nicht, ich habe das alles gern. Oh, Wunder. Wunder. Und Zombies. Ja, ich weiß nicht, was mir lieber ist. Oh, shit. Was ist das Mist für die, äh, die sind echt übel. Hm. Ja, das sind viel weniger diesmal. Äh, ja, also das ist, äh, die hatten ja gestern irgendwie Konfirmationen und, äh, heute sind es wieder alle da. Oh, Alter, ne, ne Ente. Oh, ich dachte schon wieder so ein Wasserteufel. Hm, hm. F, um die Blutung zu stoppen, da war wirklich ein Wasserteufel, ne? Genau, der war hinter dir und hat sich erstmal bearbeitet. Oh, ich, bis ich das mal irgendwann rasse. Auf jeden Fall hasse ich Wasser seitdem. So, gibt's hier irgendwo. Mal, ach, da ist ja das Rätsel, sehr schön. Ja, wie heißt denn das? Das ist einfach ein Hinweis, steht da. Hm. Ja, Hinweis, genau. Oh. Das heißt, die sind hier in der Nähe. Ich bin ja nicht. Und hier links irgendwo. Okay. Was ist da? Hm, ich hab gedacht, die werden da. Ach, du warst das eben. Ich hab eben nur so ein, so ein schwebendes Messer gesehen oder so. Hört komisch aus. Ja, manchmal gibt's hier doch ein paar Bugs. Ja. So, jetzt sind's drei Rätsel. Ja, hier links ist ja, ne, oder? Ja, genau da in die Richtung, wo du bist. Sieht gut aus. Oh. Oh, ich, Balleriki, hier höre ich gerade. Ja. Vielleicht werden wir wieder abgeknallt. Hm. Ja, die sind direkt vor uns, würde ich sagen. So ein bisschen links. Hm. Vorne links. Aber ich kann immer noch nicht so gut einschätzen, wie weit das ist. Nee, ich auch nicht. Was? Warst du das? Hm, das war ich. Gut. Oh. Was denn? Ich höre sie ziemlich nah von den Schüssen her, würde ich sagen, oder? Oder waren wir das eben? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, die sind da oben, direkt. Oh, zwei sind hinüber. Jo. Sehr gut. Noch einen. Oh, scheiße. Oh, Mist, wie, ey. Ah, ich wollte hier gerade Hilfe kommen. Ah, da ist noch ein Zombie. Den übernehme ich. Mensch, das ist ja geil, ey, haben wir mal zwei platt gemacht. So, wir mal los, Amateure. Musst du mal ein Plünder. Oh, da blut es. Warte mal, ich muss mal zurück, dass ich so... Verbinde dich mal. Aber einer hat noch geballert, oder? Es waren ja zwei irgendwie. Hm, so, jetzt kann ich die plündern. So, Windfield, Schalldämpfer gegen Karabiner. Aber die haben keine tollen Waffen, in dem Sinne. Oh, jetzt. Du hast deine hier runtergeschmissen. Ach so. Ne, ich... Du hast jetzt die Schalldämpfer auf... Ach so, jetzt hast du sie wieder gewechselt, ja. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Ja, einer von denen lebt ja noch. Hm. Kann man die eigentlich endgültig töten? Oh, das muss ich halt bestimmt anzünden, oder so. War oft nicht gut. Ich frage mich jetzt, wo der letzte sich noch... Warst du das? Ja, das war ich, ja. Wo der letzte sich noch umtreibt. Oh, ich warst du das. Sorry, das war ich. Du bist ja gerade reingelaufen, als ich... einen kleinen Headshot machen wollte hier. Ich dachte du... Ich werde fett beschossen. Ohne Saaten. Ohne Saaten. Ne. Ich verbrauche mich zu viel. Ne. Oh, Mann, ey. Mal treffe hier. Scheiß Teufel da. Ja. Wo geht's denn lang? Ach so, wir können ja schon, äh, das Rätsel lösen, ne? Genau. Ja, mit dem Gewitter, das müssen wir nochmal nachlesen, aber... Da muss man nur aufpassen, einer von denen lebt, und ich weiß auch nicht, ob der jetzt die beiden anderen wiederbeleben kann. Oh, Wasser. Hm. Oh, Wasser. Wasser, nix gut. Ne, nix gut, äh... Feuer Teufel. Äh, ne. Wasser Teufel. Beide scheiße. Oh, nein. Der... Vorsicht. Der Feuer-Typ kommt wieder. Hm. Oh, da sind jetzt... Ach du Scheiße. Sind hier voll die Zombies gespawnt. Oh, nein, Vorsicht. Alter, war so richtig... übel. Alter. Und Köter auch noch. Oh. Oh, Gott, ich musste mich nach hinten retten, ich bin gleich tot, sonst... Hast du es geschafft? Ja. Alter. Oh, nein, eine Saatmut, die, Alter, und ich habe kaum Energie. Wo? Oh, und ich blute. Warte, ich versuche sie fertig zu machen. Ach da. Ja. Scheiße, mich hat es gerade zerlegt, aber... Weil ich, äh, mich zu spät verbunden habe. Aber du kannst mich ja noch retten. Ja. Alter, diese Hunde sind echt übel. Es ist schwer zu treffen. Ja, ich hasse die auch. Ja. Springen immer so ganz spät ab. Kommen zu dritt und fragen, ob man ein Problem hat. Hm. Mann, Mann, Mann. Da war noch eine Saatmutti. Oh. So, wo muss man denn jetzt lang? Einfach fallen diese Mühe da vor uns. Ah, genau. Wir haben mal auf Karte geguckt, stimmt. Ja. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir noch einen treffen. Ja, oder eher uns. Hm. Er wartet wahrscheinlich schon. Ach du scheiße, wo? Ich bin hier mal hochgeflohen. Ja, das ist gut. Oh, das war schlau von mir. Wo sind die blöde Mutti? Ach, da. Und da ist keiner. Da. Scheiße. Jetzt ist aber Ruhe hier, ne? Das ist umgebracht, ey. Oh. Ah, ich wurde geschossen? Ja. Getötet durch Magnet. Alter, wie sehen die uns denn immer? Ich hab keine Ahnung, aber ich bin fast tot. Ah, gut. Ach, das war blöd, Alter. Ja. Wo ist der, mein Sack? Oh. Oh, scheiße. Aua. Ja, ist echt übel. Jetzt bin ich gleich tot. Oh, grad du blutest, ne? Ich glaube, links höre ich ihn. Oh, grad du blödest, ne? 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 jetzt oder ist er unten kaputt gegangen ich höre schritte irgendwie rechts das war scheiße ich weiß nicht von wo übel aber trotzdem wir haben zwei gekillt gar nicht